Lass mich dir helfen. Das hört sich deutsche Hunde an. Hey, Kinder! Was geht denn bei euch ab, Junge? Willkommen zu Super Wolfenstein HD. Warte kurz. Ah, ne. Ich hab ganz viele tolle Spiele gefunden, die ich spielen will, werde und mach. Und dazu gehört Wolfenstein HD. Passt auf. Ge-P-Seigt! Erinnert sich noch jemand früher, die guten Wolfenstein-Zeiten? Ich glaub, es kam 92 oder 93 raus, da war ich noch etwas jung. Aber ich hab wirklich sehr früh angefangen, um meinem Vater DOS-Spiele zu spielen. Er ist gelaufen, ich hab geschossen und unter anderem auch Wolfenstein. Was? Wenn ich jetzt so ein bisschen durchgehe, ist es eigentlich schon schlecht für ein Kind. Guck mal. Das ging früher aber nicht. Finde ich ultra nice, dass man hier die Map kaputt machen kann. Ja. Und es gibt natürlich auch... Oktoberfest! Guckst du dir an. Das war früher natürlich nicht so. Guck mal, wie geil. Guck mal. Boah, er lebt noch! Binde... Ey, komm her, du Sack. Bam! Okay, okay, okay. Oktoberfest! Ah! Wie crazy! Oktoberfest! Er sch... Bam! Achtung! Er steht auf! Oh, krass! Man konnte damals also dem Spiel auch nicht springen. Ich glaub, das war eines der ersten 3D-Spiele überhaupt, wo man so rumgehen konnte. Wollt denn, falls du zusiehst? Descent, ich weiß nicht, ob das Descent, Descent, du weißt schon, Descent, wie das in Erscheinung getreten ist. Für mich war das auf jeden Fall das erste 3D-Spiel, also was ich kennengelernt hab, aber es kann gut sein, dass Descent vielleicht früher kam. Da bin ich mir grad nicht sicher. Ok, ok, ah. Ok, das erste Level ist schon geschafft. Ge- zeigt! Und eigentlich hat man unten noch so eine geile Anzeige gehabt, wo man den so gesehen hat. Wenn man getroffen wurde, wurde der so blutig und sowas. Das war so richtig geil. Aber ok, wow! Ja, ganz viele Nazi-Daggers! Was ist denn da hinten? Das muss ich grad mal überprüfen, den Zustand der Kart. Nix, ok. Was? Volkswagen! Das ist geil! Ok, Volkswagen-Nazis, Achtung, ich mach euch kaputt. Bam! Er lebt noch! Oh Gott! Guck mal, wie er wackelt, ein Stück Map in der Hand! Da, da! Press 1! Volkswagen! Puff! Was ist hier? Ein Schniedel. Oh nein, die Hunde, da hab ich früher als Kind schon voll Schiss gehabt. Nein! Ist der tot? Das ist so geil! Die Physik! Das wurde angepriesen mit ultra-krasser, extra-ultra-Physik. Das hört sich deutsche Hunde an. Waff! Wann jetzt? Was sagst du jetzt, hä? Waff! Volkswagen! Er lebt noch! Warte! Ja, nein! Okay, warte. Bam! Nein! Bam! Gebsite! Oh shit, da ist ein Hund drin. Guck mal hier! Threads 3! Ah! Ey, ist das geil! Das ist doch ultra-fettes Spiel! Oh, dann überhaupt fähig! Okay, pass auf, jetzt grab ich mich zum Hund rüber. Was, 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 was? Ich muss die Türen gar nicht benutzen. Waff! Waff! Ey, wie's hier abgeht. Wow! Die kommen. Wow! Da! Mädel! Lebst du noch, oder was? Oh shit, die Jürgens kommen! Mein Leben! Und, bleib mal stehen jetzt. Chill mal da hinten. Ich hab das Spiel übrigens auch verlinkt. Ihr könnt das euch gerne runterladen und auch spielen, wenn ihr wollt. Das Video zu diesem Critical Unhilation, wo ihr mitgemacht habt, kommt dann erst nächste Woche. Ich konnte, äh, ich hab keine Zeit aufbringen können. Bam, bam, dein Sche... Ich konnte keine Zeit aufbringen, das, äh, schon früher zu machen. Ja, gell, Günther, komm. Lass mich dich tätschen. Der Hundi. Oh, ich streichel so gern die Hunde. Ich streichel so gern! Guck mal, der lebt doch noch. Ruhe jetzt, Hund. Das Critical-Video kommt erst nächste Woche, beziehungsweise ich werd's dann morgen machen. Morgen ist Montag, heute ist Sonntag. Was hast du gesagt? Er kommt mit mir mit ins nächste Level. Wo? Pssst! Wo? Zeit! Ihr guckt! Günther! Was machst du denn jetzt, hä? Lass mich dir helfen. Öh. Weiße. Der vor... Ah! Der hat eine MP, der hat eine MP. Ah, voll in die grünen Geschosse, hast du gesehen? Guck mal, er... Hahaha. Okay, warte. Guck mal, wer macht... Hilf mir, bitte! Die Waffe weg! Leg sie weg! Leg sie Waffe weg! Guck mal, er schießt einfach Löcher rein. Oh, er lebt immer noch. Jetzt chill mal. Er hofft auf mich, du schießt immer noch 10% live. Ey. Er hat mich gekillt. Warte doch jetzt mal, chill doch jetzt mal deine... Deine... Deine Grundbasis. Pah, 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 pahm. Guck mal, wie so ein Zombie auf mich zuläuft. Oh mein Gott. Mein Kampf. Na, du schon wieder. Günther, hör auf mich zu killen. Oh, die Handrunde, Alter. Guck mal. Hör auf jetzt. Alter, wie er gefressen hat. Auf Wiedersehen. Er hat bis jetzt überlegt, er hat noch 10 HP, einer lebt noch. Super. Also, ich versuche mal jetzt den Kerl da zu holen. Er ist schon tot. Ach so. War gut, nächstes Level, oder? Uh. Shit, ich habe keine Waffe. Geld weg, ihr Hunde. Geld weg. Haben wir jetzt genug? Er lebt immer noch. Er lebt immer noch. Er ist doch krass. Er ist aus dem Level geflogen. Zack. Du wirst nicht überleben, Hundi. Zack. Schließel. Oh nein. Kommt einfach an den Schwarzenegger angerannt. Ich treffe ihn nicht, weil er ist Neo von Matrix. Krass. Guck mal. Wer hat da keine Waffe mehr? Hör, Günther. Ey, noch einer. Holzkopf. Auf Wiedersehen. Er kommt. Ich glaube, er kommt. Ich glaube, er kommt. Wir haben hier geguckt. Dack, 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 dack. Express yourself and dance. Man hat sich aufregt. Zack. Öh, was ist mit dir? Oktoberfest? Uzi. Okay, alles klar. Shit. Oh nein, hier ist einer drin. Auf Wiedersehen. Stopp. Er lebt einfach übel. Ich muss kurz weg hier. Ich muss meine Dagger holen wieder. Da ist einer. Shit. Ha, die Tür hat ihn weggebasht. Oh Gott. Scheiße. Er kommt reingerannt. Der Nazi-König. Na, hast du jetzt Angst vor mir oder was? Pisser. Hallo? Hast du dich verlaufen? Oh. Schnitzel. Auf Wiedersehen. Er ist tot. Er ist tot. Wolfenstein war damals schon echt eine coole Zeit. So. Ultra gestärkt das nächste Level. No chance. Hab you had fun? Click to view other games by free love. Das war es soweit. Von Wolfenstein. Geil. Leider nicht das ganze Spiel, aber da kann man auch nichts machen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Daumen nach oben geben. Sonst kommen die Nazis zurück. Ciao. Ciao.